Hallo, ich bin Maike von gute-wahl.de. Ich koche täglich für meine Familie und da kommt der Pürierstab fast täglich zum Einsatz. Und der muss natürlich dann leistungsstark und robust sein. Und welcher das ist, das zeigen wir euch jetzt in unserem Test. Wir haben für euch 10 Pürierstäbe zwischen 20 und 130 Euro getestet. Dabei wollten wir wissen, wie fein pürieren die Geräte, wie gut liegen sie in der Hand und wie einfach ist die Geschwindigkeit zu regeln. Die Pürierleistung der Mixer haben wir anhand von Bananenmilchshake, Gemüsesuppe und grünem Smoothie getestet. Bananenmilchshakes gelingen mit jedem Gerät, auch mit den schwächsten. Bei Suppe sieht es schon anders aus. Die starken Geräte mit 800 Watt wie das von iCook oder Moulinex, die liefern ein feineres Ergebnis als schwächere Modelle mit 500 Watt wie das von WMF. Eine Ausnahme ist der Zauberstab von Eske. Er hat zwar nur 200 Watt, dafür aber eine enorm hohe Umdrehungszahl von 17.000 Umdrehungen pro Minute. Übrigens, mit Mixfüßen aus Metall kann man auch in heißen Töpfen pürieren. Für den grünen Smoothie nehmen wir Apfel, Kiwi, Bananen- und Birnenstücke, eine Handvoll Spinat und etwas Apfelsaft. Flüssigkeit muss nämlich immer dazu, sonst bleibt der Obstbrei an den Messern kleben. Bitzenreiter in dieser Kategorie ist der Braun MultiQuick 9. Mit seinen 1000 Watt püriert er einen schönen, cremigen, grünen Smoothie. Der nur halb so teure iCook ist allerdings fast genauso gut. Leistungsschwächere Geräte wie der Bosch oder AlgoStar können die Spinatfasern nicht komplett zerkleinern. Aber Fruchtsmoothies ohne Spinat oder Salatblätter schaffen alle. Ist der Stabmixer ergonomisch geformt und schminkt sich gut in die Hand, arbeitet es sich einfach leichter. Wie zum Beispiel das Gerät von Bosch. Ideal ist es, wenn der Griff mit Silikon ummantelt ist. Dann rutscht man selbst mit feuchten oder fettigen Händen nicht ab. Am einfachsten zusammensetzen lassen sich Geräte mit einem Steckverschluss wie beim Bosch oder Braun. Bei Drehverschlüssen muss man etwas rumprobieren. Der K-Mix von Kenwood lässt sich sogar sehr schwer öffnen und schließen. Die Geschwindigkeit sollte man idealerweise mit einer Hand regulieren können. Denn die andere hält ja den Mixbecher fest. Die meisten Geräte haben zwei Tasten. Eine für den sanften Start, für die man oben noch die Geschwindigkeitsstufen einstellen kann. Das ist allerdings mit einer Hand schwierig. Die zweite Taste ist die Turbostufe. Da läuft der Pürierstab gleich auf vollen Touren. Am besten hat uns die neue Technologie gefallen. Die Geschwindigkeit wird intuitiv über nur eine Taste geregelt. Je stärker der Druck, desto mehr Power. Das klappt außerordentlich gut beim Philips Speedtouch und beim Braun MultiQuick 9. Unsere gute Wahl ist der MultiQuick 9 von Braun. Ein Topgerät in allen Kategorien und mit seinen kraftvollen 1000 Watt extrem schnell. Und umdrein hat es noch bewegliche Messer. Drückt man beim Pürieren den Stab nach unten, gehen die Messer nach unten und erreichen fast den Boden des Gefäßes. Dabei werden auch kleinere Stücke erwischt. Unser Preis-Leistungssieger ist der Stabmixer von iCook. Der püriert sowohl Smoothies als auch Cremesuppen sehr fein. Einen Abzug gab es nur beim Bedienkomfort. Er lässt sich schlecht mit einer Hand bedienen und der Verschluss ist nicht ideal. Den ausführlichen Test und alle Infos rund um die Stabmixer findet ihr auf gute-wahl.de und in der Videobeschreibung. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pürieren und Prost! Die Pürierleistung der Mixer haben wir anhand... Ich kann anhand nichts. Ich krieg's noch einen Schluckwasser, dann ist es ja mein Bestes. Nein, ich schnapp's vielleicht eher. Mit seinem kraftvollen 1000 Watt ein wirklich kraftvolles Gerät. Doch, wie werde ich sein? Okay, wir waren's nochmal. Ja. Ich schnapp's.